Hallo, ich bin die Gästeführerin Marita Batt. Ich begrüße Sie herzlich in der ältesten Großstadt Deutschlands. Wir stehen hier vor einer der prächtigen zwölf romanischen Kirchen von Köln. Das ist Groß St. Martin. Unter der Kirche gibt es spannende Funde zu entdecken. Reste eines römischen Schwimmbades, Mauern von römischen Lagerhallen. Und wir stehen hier auf einem früheren römischen Rheinhafen. Die Säule hier erzählt die Geschichte von St. Martin. Das alles und noch viel mehr entdecken Sie hier in Köln. Ich freue mich, Sie bald in Köln begrüßen zu dürfen. Bis bald in Köln. See you soon. Abjanto. Hasta pronto.